ja ich nicht mehr Prozent bis die Leise die GmbH auch nie das gab nur gute Qualität ja du hast kann nicht stellen die Qualität aber richtig gut als die Qualität ja bei einer Woche dann ist die Leute wieder backen Füße durch die Tee wir werden nachts wir haben ja wir werden in der Schleswig-Holstein wir gehen schlafen der Erdblock der backt nur ein bisschen Nils wir gehen schlafen warte ich komm zu euch gemäht gemäht oh er ist eine Erfahrung gute Nacht Pfeil warte mach ganz kurz noch Brot Brot ich hab auch Brot was hab ich denn sonst in der Hand jetzt ich hab 40 Brote es sind ich weiß ja man nicht vertreiben was die Potenzial ist die Kruppen durch es gab meine Kellogg's die ich seit einer halben Stunde eingeweicht habe die richtig lecker schmeckt nicht mehr doch die Schwingung gut um die Unendung nach toll gute Nacht toll die Mieter und er hat nur noch die 40 für die Nacht auch gute Nacht schwer weil wir da liegen mit beiden Brot in der Hand die so ich hab mich so also die Stimme auf Semi und guck mal wie Niki und ich im Bett liegen wie geil es aussieht Nils wird in meinem Bett nur auch ein Brot in der Hand die drei Brotigen Warte gute Nacht jetzt leg dich auf den Kopfkissen auf den Hölzernes auf den Hölzkopfkissen oh ich schlafe mit ihnen ey du hast aufgenommen nein ich hab nichts aufgenommen Samy was Nils warst du blöd ich hab nichts außer 15 Holz ich geb dir Brot Nassi den Brot oh eins hier oh danke Nils die Stimme Brot ich hab keine bitte ich hab echt keine mehr um ich hab ich gehst das ist mir recht von dir Loll ich hab fast die Schlucht gesprungen ey wir müssen jetzt irgendwann haus auf Vicky wegen bitte kurz wegen Sattel wegen Sattel denn dann brauchen wir eh Leder wir haben die Kühe mann ich esse so als reiztet nicht sofort tripfarm mal doch gerade Minecraft Vicky epic jump boah hab die gute Qualie meine Passe ja bei dir geht's gerade bei dir geht's gerade so ich geh jetzt Tripmike ja viel Spaß ich töte mal alle Kühe im Umkreis oh der arme Zombie Alter was war das gerade für'n Geräusch Sattel so was hat er einfach oben ja die unten Mocki Mocki Borki Kulik verliebt meine Güte er das war auch wieder scheiße ich gehst mit meinem ich gehe Kühle sammeln also Leder nee und tun sie doch lieber einfangen ist nichts drauf vorkommen lol nice Höhle kann man sich ertauschen wo sind die Dorfbewon- ach die sind alle tot ne Sammy wo war das Dorf vorhin Sammy wir gehen zu dem Dorf gib mir Brot bitte Kot ja kriegst bisschen Kot du Kot-Naschen Sammy äh ich leine mal dein Pferd ok am 2 jetzt hat mal Sammy ich hab wieder nicht das ja super das sind zockteils zu viel so wir machen ganz kurz mal ne Aufnahmepause was so weiter geht's äh Sammy kannst du mir mal zeigen wo das Dorf ist äh in der Wüste danke bitteschön nein weil die tauschen Sattel was ist die tauschen Sattel aber nicht die Muttertausch-Sattel ja bei Kick genau ja in die Wüste und dann leicht nach rechts ach in die Wüste danke für den tollen Tipp Sammy ja ich weiß dann leihe ich mir mal dein Pferd ne 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 ich mach mal kurz das Dach hier wieder kaputt ne ne was du da völlig sinnlos drüber gebaut hast warum sinnlos weil das Übel nicht bringt natürlich bringt's das ja total ja alter scheiß Pferd spring einfach alter das kann hier nicht springen mit deinem scheiß Dach hehehe hehehe alter hehehe was denn spring boh fuck ich hab nur 250 Frames shit scheiße fuck das ist echt scheiß das dauert länger wenn du baust auf dem Färbsmisschen Luft lol hier ist noch ne Schlucht nice so und jetzt spring alter dein scheiß Dach ne dein scheiß Dach ne ich komme nicht mehr raus so weißt du was Sammy stinkt doch eh nach Kot du baust das nettes Dach ab ne 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 nils nicht ne mach doch nils nicht der doch nicht nils ist ja ein ganz anständiger so ich bin jetzt rausgeritten ich hab jetzt dein komisches Dach weggemacht äh ich mein äh oh äh ja du weißt was ich meine ja du meinst äh hier in die Wüste links von unserem Haus oder wenn du rauskommst links rechts hä wie blöd bist du denn du meinst Haupteingang rechts oder wie blöd bist du denn meinst du Haupteingang rechts boah du bist doch so ein Lappen ja wo denn hin man ja wo denn hin man jetzt sag jetzt sag ich reiht dein Pferd in die Schlucht ich reiht dein Pferd in die Schlucht ich machs ich machs ok ok Semi guck mal aus der Haustür was ist guck mal aus der Haustür das ist die Schlucht ne der ist mega der ist echt rein der ist echt rein haha oh 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 schade kommt das nicht hoch haha no das ist schade und spring und spring und spring und spring und spring dann bleibt das Pferd halt da unten ja ist natürlich schade dann soll es halt verrecken dann sind wir halt nimmer schneller ist ja egal ist ja nicht ist ja keine Rück ist ja kein Rückschritt so ja nein ist ja eigentlich voll gut geht dann viel schneller ja ist echt so so dann befreie ich dich halt du komisches Scheißpferd dann und dann dann das ist ja das ist ja es ist ja nicht das ist echt rassistisch eigentlich schon aber du bist trotzdem Dankeschön Dankeschön so kann ich jetzt hier raus warum kann ich hier denn nicht raus ey versteht warum kann ich denn hier nicht raus bist du zu fett fährt? bist du zu fett fährt? nicht fährt 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 meine Fresse ich hab's doch in die Wüste nach rechts aus dem Haupteingang oder aus dem Hintereingang aus seiner Mutters Eingang jetzt sag Sammy jetzt sag Sammy also Richtung Schlucht Richtung Schlucht leicht versetzt rechts jetzt bin ich schon wieder da reingefallen ganz aus Versehen das war echt aus Versehen reingesprungen oh das ist natürlich schade also wo lang ich hab's gerade eben gesagt ich sag jetzt nicht nochmal ja ja ich weiß aber nicht die genaue Richtung ja das ist natürlich schade ja ich finde ja so dass du so ein Dorf von ein paar Kilometern siehst ne ich hab meine Render Distance auf klein echt jetzt ja nicht auf klein auf mittel bis zum Lappen das ist doch hoffentlich sind die Typen da noch da die Tüten die Tüten die Tüten die Tüten die Tüten man kann nicht im Wasser mit einem Pferd reiten doch ich weiß nicht aber ich will nicht vergewaltigt werden ja Mama mia das mag ich vergleichen das haben wir schon so viele zweit ja nol der tauschende Diamant Spitzhacke Diamant Spitzhacke muss auch wir sind gerade nicht angegangen ich will ja kosten nur zwei